Vielen Dank für die Einladung und die Möglichkeit, das Projekt wieder in einem weiteren Kreis präsentieren zu dürfen. Wie schon gesagt, mein Name ist Rainer Simon, ich komme vom Austrian Institute of Technology, bin dort eben Softwareentwickler und Informatiker und arbeite jetzt seit geraumer Zeit zusammen mit Kollegen aus ganz Europa eigentlich an einem Projekt namens Pelagius. Hauptsächlich zu erwähnen, weil Wilfried Sachsen ist der Projektleiter, der ist jetzt an der University of Lancaster. Er ist Archäologe und Informatiker, so eine Brückenfunktion in unserem Projekt und der, der sozusagen der geistige Vater hinter der ganzen Sache ist. Elton Parker von der Open University ist ein Klassizist, also der repräsentiert so einen Domänen-Experten in einem der Bereiche, wo wir auch begonnen haben mit dem Projekt. Paul De Soto ist ebenfalls Klassizist und sozusagen auch mein Gegenstück jetzt in den letzten Projekten immer gewesen, ich als Techniker, er ist der Historiker. Auch noch neu an Bord, unser Frischling Andrew Lindley, seit der aktuellen Projektphase, die jetzt im Jänner begonnen hat, ist Andrew mein Kollege, der auch mit sich um die Technik kümmern wird und auch um den Aufbau der Community und so weiter. Ja, was ist Pelagius überhaupt? Oder besser gesagt, wie läuft er ab? Wie ist der Ablauf für heute geplant? Wie schon gesagt, das Ganze läuft in zwei Teilen ab. Ich hoffe, ich sehe Sie nachher im zweiten Teil alle wieder. Zuerst mal gibt es die Lunchtime Lecture, wo ich einfach mal so einen Überblick bieten möchte, was ist jetzt eigentlich Pelagius, das Projekt an sich. Dann, Hauptfokus, eine Tour unseres Software-Tools Recogito. Recogito ist ein Annotationswerkzeug, das wir in der letzten Projektphase von Pelagius eigentlich als internes Tool für unser Team entwickelt haben, um Ortsbezüge und Ortsreferenzen in Texten und Landkarten zu annotieren. Auf dieses Tool möchte ich eben näher fokussieren, erstens, weil das derzeit auch mein Schwerpunkt ist aktuell, also es entsteht gerade eine komplett neue, überarbeitete Version von Recogito. Und, dass wir gut wissen, weil das das Tool ist, mit dem wir dann in der Nachmittags-Session arbeiten werden und einfach mal so Hands-on annotieren werden. Ja, etwas Zeit für Diskussion wird es noch geben im Rahmen der Lunchtime Lecture, dann eben, wie gesagt, eine kurze Pause und dann werden wir aber loslegen mit der Hands-on-Session. Gut, was ist Pelagius? Also Pelagius, kurze Frage, vielleicht hat schon, wer von Ihnen hat schon mal davon gehört? Ja, gut, so, bitte ich helfe. Wie gesagt, Sie sind ja eigentlich schon Mitglied, es sind schon Daten von Universität Graz, die Abklatsche von dem Grafischen Sammlung Münzen sind direkt mit aufgenommen. Also, was ist Pelagius? Pelagius ist ein Projekt, wo es mehr oder weniger eine freie Initiative von Leuten, denen darin gelegen ist, Daten aus dem Bereich der Altertumswissenschaften mal ganz allgemein besser miteinander zu vernetzen. Also Daten, die bereits auf dem Web verfügbar sind, einfach besser austauschbar zu machen, besser auffindbar zu machen, einfach irgendwie besser zugänglich zu machen für Leute, die in der Domäne arbeiten. Wir haben sehr unterschiedliche Partner mit sehr unterschiedlichen Daten. Wir haben zum Beispiel Daten, wir haben Partner, die Inschriften-Datenbanken betreiben, wir haben Textarchive als Partner, wir haben Datenbanken mit archäologischen Fundstücken und Fundorten, wir haben Museumsdatenbanken und so weiter. Also ein ganzes buntes Sammelsurium an Partnern, die auch heterogen sehr unterschiedlich sind. Inzwischen sind es um die 58 Partner aus 13 Ländern und die haben insgesamt eine Million sogenannte Annotationen in dieses System eingespeist. Was diese Annotationen jetzt bei uns speziell bedeuten, das werde ich dann in ein paar Slides zeigen. Die Frage ist jetzt, wie kriegt man so unterschiedliche Daten irgendwie miteinander verknüpft? Da gibt es natürlich eine ganze Menge Wege, wie man sozusagen Interoperabilität herstellen kann. Aber der Ansatz von Pelagius speziell ist jetzt, über den Ort zu gehen. Das heißt, wir haben ganz unterschiedliche Daten, aber der Ort und die Geografie, das ist irgendwo etwas, das verbindet alle. Also alles ist irgendwo ein archäologischer Fundort, ist ein Ort, ein Fundstück wurde gefunden, Texte, Erzählen von Orten und so weiter. Das heißt, es ist irgendwie ein Kriterium, nach dem man Daten sortieren und verknüpfen kann. Und das ist eben speziell der Hintergrund von Pelagius. Vielleicht auch ganz interessant oder wichtig zu sagen, was wir nicht sind, Pelagius ist kein Datenaggregator, das heißt, wir sind nicht ein Repository oder so ein Europianer, wo die Leute ihre Daten reinspeisen. Jeder behält seine Daten bei sich. Wir sind auch kein Standard-Datenmodell, wie vielleicht Seidog, CRM, wo wir sagen, okay, wenn ihr Daten habt, das ist die Art und Weise, wie sie repräsentieren sollten. Das ist ebenfalls nicht Pelagius. Pelagius funktioniert auf einer sehr viel leichteren Ebene, würde ich sagen. LEAF nennt es ganz gern Connectivity to Common References, rather than a Common Skin. Das heißt, wir schreiben kein Datenschema vor, sondern wir schreiben mehr oder weniger nur eine Methode vor, wie Leute Links erzeugen zwischen den Daten. Und zwar eben Links auf der Basis von Orten. Wie funktioniert das in der Praxis? Ich bringe es mir mal an einem konkreten Beispiel. Hier haben wir so ein Beispiel von einem Stück digitale Informationen, die am Web verfügbar sind und irgendwas mit dem Altertum zu tun haben. In dem Fall ist es eine Google-Book-Seite aus einer englischen Übersetzung oder aus einer bestimmten englischen Übersetzung von Herodot, von Historien. Und der Text ist natürlich voll von Bezügen zu Orten. Der Text erzählt von der gesamten antiken bekannten Welt, von damals Referenzen auf Athen, Sparta und so weiter. Die Idee hinter Pelagius ist jetzt, das zu annotieren. Das heißt, immer wenn ein Ortsbezug vorkommt, dann machen wir sozusagen mit dem Marker, mit dem Highlight-Marker, wird es markiert, okay, hier gibt es Athen, hier gibt es Sparta. Und dann kommt eine Spezialität dazu. Wir annotieren es mit sogenannten Gazetteer-Referenzen. Ein Gazetteer, bin mir nicht sicher, ob es wirklich ein gutes deutsches Wort dazu gibt. Auf Wikipedia wird es, glaube ich, als Ortslexikon schlicht und einfach übersetzt. Ein Gazetteer ist mehr oder weniger einfach eine Liste mit Orten. Gibt es seit Jahrhunderten in Form von Postbüchern und so weiter. Heutzutage gibt es natürlich digitale Gazetteers. Ihnen ist vielleicht Gio-Nenzen ein Begriff oder der Gettiti-Sauos. Das sind so typische Beispiele von digitalen Ortslisten. Ein anderer Gazetteer, den wir hier sehen schon, angedeutet, ist Pleiades. Das ist ein Projekt von der New York University. Das ist ein Gazetteer, der speziell für antike Orte. Das Pleiades enthält eine Liste von um die 35.000 antiken Orten. Zu jedem Ort gibt es Informationen wie Namen, alternative Namen, Namen in verschiedenen Sprachen, Koordinaten und so weiter. Und das ist eigentlich gar nicht das Wichtige für uns. Das Wichtige für uns ist, dass Pleiades, so wie auch andere Gazetteers, jeden Ort eine eindeutige ID verpassen. Das heißt, jeder Ort hat eine eindeutige ID via Sozialversicherungsnummer. Und nachdem es Web-Gazetteers sind, ist diese ID auch eine URL. Das heißt, ich kann diese ID als URL eintippen auf den Browser und komme dort dann hin und kriege Informationen über den Ort. Das heißt, das sind sozusagen diese zwei Funktionen. Einerseits, wir haben eine Methode, um einen Ort eindeutig zu identifizieren. Weil Athen gibt es mehrere. Arten zum Beispiel in der Antike hat in der Antike auch den Namen Athen gehört. Oder Alexandria, bestes Beispiel. Es gibt die ganze Reihe von Alexandrias. Das heißt, die Namen sind nicht eindeutig, aber diese IDs, die sind sie. Ja, Pleiades habe ich inzwischen schon erwähnt. Ist wie gesagt ein Gazettier. Nicht der einzige Gazettier, aber ist halt der Gazettier, der für uns in Pelagios, nachdem wir in der Domäne Klassik begonnen haben, war es für uns der erste geeignete Gazettier. Wir dehnen uns inzwischen auch weiter aus, haben Partner mit Informationen aus anderen Bereichen, als nur klassisches Griechenland und klassisches römisches Reich. Hier ein Beispiel von eher sozusagen Material aus dem Mittelalter. Man kann es auch mit anderen Materialen machen. Man kann es auch nicht nur mit Texten, sondern auch mit Bildern machen. Und man kann auch andere Gazettiers verwenden. Also hier zum Beispiel Past Place, das ist ein anderer Gazettier, der derzeit im Aufbau ist in England, der speziell eben so als Mittelalter-Gazettier sich positionieren möchte. Ich habe ein bisschen eine abstrakteren Sicht gesehen, was hat man jetzt davon eigentlich von der ganzen Sache. Also wenn man es mal anschaut, wir haben hier unsere historischen Ressourcen, das sind Dinge, die am Web sind. Und hier unsere Gazettiers. Die Dokumente können schon miteinander irgendwie verknüpft sein, weil es sind Webseiten, die haben natürlich Links. Genauso gibt es oben bei den Gazettiers meistens Links zwischen den Orten. Also zum Beispiel Athen in Pleiades ist verknüpft mit Attica, weil Athen in Attica liegt. Also solche Verbindungen gibt es. Pelagius schafft jetzt einfach nur mehr Verbindungen. Also wir machen zum Beispiel eine Verbindung zwischen diesem Dokument und diesem Ort hier. Und obwohl vorher hier keine Verbindung war, wissen wir jetzt, okay, wenn jemand dieses erste Dokument hier findet, dann könnte man ihm vorschlagen, hey, hier gibt es ein anderes Dokument. Das könnte eventuell auch relevant für dich sein. Das heißt, hier baut man einfach weitere Verbindungen, die es vorher nicht gegeben hat. Gleichzeitig gibt es in Pelagius auch einen Mechanismus, um Gazettiers miteinander zu verbinden. Das heißt, man könnte jetzt sagen, okay, hier ist Athen so, wie es in Pleiades drinsteht. Und hier ist Athen so, wie es in Past Place drinsteht. Und die beiden verlinken ebenfalls aufeinander. Und so kriegt man wieder weitere Informationen und weitere Verkünftungen. Man kann sagen, okay, hier, dieses Dokument könnte vielleicht irgendwo auch relevant für dieses Dokument sein. Also man baut einfach einen größeren, navigierbaren Grafen aus dem sonst verstreut liegenden Ressourcen. In der Praxis, was haben Leute bis jetzt mit dieser Basis gemacht? Also hier sind ein paar Beispiele. Das Ganze ist noch eher jetzt im prototypischen Stadium und im experimentellen Stadium. Aber es gibt schon einige Anwendungen, die sozusagen live sind. Hier oben zum Beispiel ist ein Beispiel von der Epigrafik-Datenbank Heidelberg. Wenn man dort nach einer Inschrift sucht, die Epigrafik-Datenbank Heidelberg hat ebenfalls eine ganze Reihe von Inhalten mit Pleiades-Identifiern versehen. Das heißt, man sieht dann hier, okay, diese Inschrift gehört zu diesem Ort, dem Pleiades. Und dann gibt es einen weiteren Link, wo steht Inhalte aus dem Pelagius-Netzwerk. Das heißt, das ist genau dieser Klick. Man klickt drauf, man kann weitere Dokumente annavigieren, die ebenfalls zu diesem Ort getaggt wurden. Oder die eben das mit diesem Ort anklicken. Ein weiteres Beispiel auf der rechten Seite ist von einer Seite namens Open Context. Das ist eine Open Access-Plattform für archäologische Forschungsergebnisse. Ist vom Frontend her eine Suchmaschine. Das heißt, man sucht nach einem Ort, man sucht nach irgendwelchen Materialien. Und kriegt dann mit der Seitenleiste so eine Anzeige, okay, hier gibt es zu diesem Ort noch weitere Informationen aus dem Pelagius-Netzwerk. Oder hier, das ist ein Beispiel aus ISO Papers. Das ist ein Open Access Journal vom Institute for the Study of the Ancient World an der New York University. Also dort, wo auch der Playhouse-Gazette hier selber angesiedelt ist. Wir haben ein ganz nettes Lese-Interface für die Papers dort am Web. Da kann man sozusagen mit der Maus über die Ortsnamen hovern und drüber fahren. Da gibt es ein kleines Pop-Up-Fenster, wo dann ein bisschen extra Informationen über den Ort erscheint. Also das Pop-Up in dem Fall oder zum Beispiel Alexandria wäre ganz praktisch. Dann sieht man sofort, um welches Alexandria es sich handelt. Und drunter einen kleinen Link, jedenfalls weitere Informationen aus Pelagius. Also das sind so die Dinge, die dann mit diesem Netzwerk, das da entsteht, gemacht werden. Ja, ein weiteres Beispiel, das jetzt in der letzten Projektphase entstanden ist. Das ist dann schon etwas verspielter. Oder, ich glaube, es zeigt vielleicht auch ein bisschen mehr so, wenn man eine Menge Daten zusammenfasst, was man damit machen kann. Das ist eine Suchmaschine, in der wir jetzt mal alle Daten zusammengesammelt haben, die in Pelagius von den Partnern so publiziert wurden. Die Annotationen, genau genommen. Man sieht dann so, wie wir sagen, okay, wie ist jetzt eigentlich die geografische Verteilung der gesamten Daten? Wie ist auch die zeitliche Verteilung, dass man oben an diesem kleinen bisschen krank hier sieht? Wie ist die Verteilung nach verschiedenen Aspekten? Also Sprache oder Quelle, von welchen Datensets die Daten jetzt wirklich kommen. In der Suchmaschine kann man dann nach all diesen Facetten filtern. Da filtern wir zum Beispiel mal ein einzelnes Datenset von der American Numismatic Society. Dann sieht man, okay, das ist die geografische Verteilung dieses einen Datensets. Beziehungsweise auch die zeitliche Verteilung des Datensets. Oder ein anderes, etwas kleineres Datenset zum Beispiel. Man sieht auch, wenn man genau schaut, sieht man da unterschiedlich große Punkte. Man sieht auch, wo sozusagen die lokalen Zentren sind. Also wo die meisten Daten verlinkt sind. In dem Fall ist es eben Antiochia. Da hat in diesem Datenset sozusagen Antiochia der Ort mit den meisten Daten. Da hat man eben auch Suche. In dem Fall ist es ein Beispiel, das ich ganz gerne verwende. Der Tepa Drachma, das ist ein spezieller griechischer Münztyp. Und wir haben relativ viele Münzdaten drinnen im Moment schon. Man sucht auf den Begriff, man sieht sofort, okay, wie sind denn die Ergebnisse für den Begriff verteilt in Ort und Zeit. Wenn man jetzt irgendwo reinzoomt, zuerst mal man sieht, wie sich so die Zeitskala etwas verändert. Das heißt, man sieht wirklich den zeitlichen Verlauf jetzt nur in Bezug auf die Daten im aktuellen Datenausschnitt. Man sieht auch das lokale Zentrum Syracus zum Beispiel. Während man weiterfährt, sieht man auch, wie sich die Informationen aktualisieren. Wenn man sieht Vorschau-Bilder. Das sind eben alles Daten, die über diese Amortationen letztendlich und über ein gewisses Set der Metadaten von den Partnern zur Verfügung gestellt werden können. Man kann es dann auch an der Zeit filtern. Man sieht dann, okay, nur in diesem Ausschnitt sieht man eben, wie sozusagen der Schwerpunkt ganz anders liegt. Geografisch eher Griechenland, unsere Kolomiegebiete. Und wenn man dann sozusagen anfängt, rüberzufahren durch die Zeit, dann sieht man erstmal, wie sich eben diese lokalen Zentren verschieben. Von Syracus zum Beispiel, eben wieder zurück nach Athen und von Vipolis zum Beispiel. Beziehungsweise man kann dann eben wirklich verfolgen, wie so der weitere Verlauf der Information über die Zeit ist. Und wie gesagt, Zeit ist mal ein Aspekt, aber eben das, was nicht der Hauptsechnik ist, also dass es vereinheitlich in dieser Daten möglich macht, sind schon eben auch die Kassettiers. Ja, das ist nochmal wiederholt vielleicht ein bisschen. Ich weiß nicht, ob der Begriff Deep Map Ihnen schon mal untergekommen ist. Der wird ganz gern benutzt in den Unterschiedlichen Humanities. Aber Deep Map, damit bezeichnen wir so eine interaktive Karte am Web. Aber es ist eben nicht nur eine Karte, eine bildliche Karte, sondern man kann auch reinklicken und man kriegt mehr Informationen. Man kann so eine reinbohren und sieht, was dahinter liegt an Daten. Und der Leaf, der immer zuständig ist für die neuen Begrifflichkeiten, bezeichnet das System ganz gern so als eine Bottomless Map, weil es ist eigentlich eine Deep Map. Ich kann hier raufklicken und sagen, okay, ich klicke hier rauf und sehe hier, okay, der Ort Delos hat 49 Referenzen. Aber wenn ich zum Beispiel morgen hier draufklicken würde, dann wären es vielleicht 942 Referenzen. Das heißt, es ist eine Deep Map, aber sie wächst, je mehr die Leute einfach Daten in das System reinspielen. Wie gesagt, Peladios war auch bis jetzt schon eine Serie von Projekten. Die letzte Projektphase, die im August geendet hat, hat den Namen Peladios 3 getragen. Das war ein Zwei-Jahres-Projekt. Wie gesagt, im August ist es fertiggestellt worden, finanziert von der Andrew Mellon Foundation. Und in diesem Projekt haben wir vor allem sehr viel Daten eben selbst annotiert. Wir haben verschiedene zeitliche Arbeitspakete gehabt, nach unterschiedlichen kartografischen oder geografischen Traditionen. Also wir haben einerseits mit lateinischen Texten gearbeitet, römisches Reich. Dann mit griechischen und byzantinischen Texten. Dann die Christian Tradition ist es bei uns getauft worden. Das waren sehr viele lateinische Texte, aber eben aus dem europäischen Mittelalter. Beziehungsweise dann auch schon Landkarten und Manuskripte. Ein weiteres Arbeitspaket war vorgegängig zu Portolan-Karten. Portolan-Karten sind spätmittelalterliche Seekarten. Also wenn man irgendwo so aus Piraten-Seekarten sieht, die Portolan kommen dem ziemlich näher, sind so ein gutes Vorbild zur klassischen Hollywood-Schatzkarte. Und zwei weitere Pakete, die man dann nur mehr angefangen hat, das waren islamische Texte, aber auch islamische Karten oder arabische Karten und chinesische Texte mit Landkarten. Ist jeweils von unterschiedlichen Leuten aus der Domäne gemacht worden. Mein Job, wie gesagt, ist Informatiker, war die Entwicklung von einem Annotationstool namens Recubito. Damit möchte ich jetzt fortsetzen. Das ist das Tool, das wir ursprünglich eben entwickelt haben, um unsere eigene Arbeit zu machen. Hauptsächlich Pau hat sehr viel Annotationsarbeit gemacht, aber auch eben jeweils ein bis zwei Experten aus den speziellen Domänen. Und hier sehen wir eine kurze Tour durch das Tool. Also zuerst mal haben wir gesehen, so eine kleine Überblickseite mit den Dokumenten, also ganz leichte Dokumenten-Management-Funktionen. Die Hauptansichten sind aber die Annotationsansichten, das ist jetzt eben die Landkarten-Annotationsansicht. Da gibt es ein kleines Tool, mit dem kann man relativ schnell einfach mal Ortsnamen markieren. Also nur mal sehen, okay, hier ist ein Ortsname auf der Landkarte. Da kann man relativ schnell die Karte eben mal ansehen, in hoher Auflösung, und dann anfangen, diese Ortsreferenzen zu taggen quasi. Man hat dann auch Funktionen, also man kann zoomen und eben schwenken, so wie man es von Google Maps gewöhnt ist. Zusätzlich kann man die Karte auch drehen, was eben gerade bei Landkarten generell recht wichtig ist, aber auch bei den Portularenkarten, wie wir dann auch sehen werden. Im Workshop werden wir vor allem an Portularenkarten arbeiten, aber da gibt es noch viel zu tun. Man kann drehen, da gibt es ja immer eine kleine Transkriptionsbox, hier kann man dann die Ortsnamen transkribieren. Da gibt es auch ein Assistenzsystem, das es zu dieser Zeit dieser Screencast noch nicht gegeben hat, wo aus einem Gazetteer, der speziell für diese Klasse von Karten entwickelt wurde, schon Vorschläge gemacht wurden. Das kann man dann, also kann man endgültig herzeigen. Ja, das selbe Interface gibt es dann analog eben auch für Text, wenn man schon mit digitalisierten Text arbeitet oder OCR gelesen im Text. Einfach eine Ansicht, wo man ebenfalls durch den Text durchlesen kann und wenn man einen Ortsnamen findet, dann markiert man den einfach, so wie man es gewohnt ist. Poppt der Popbox auf und sagt, wollen Sie das als Ortsname annotieren? Fällt okay und dann passt es. Das Tool hat auch weitere, es müsste jetzt kommen, genau, also man annotiert das, man sagt okay, und dann poppt der Fähre annotieren, also sozusagen nach identischem Ortsnamen wird auch gesucht. Ja, das ist dann der dritte Punkt. Hier geht es dann, und das ist jetzt also das Eingemachte. Das ist der, das Interface, wo man dann zu den einzelnen Ortsreferenzen die entsprechenden Gazetteereinträge raussucht. Das möchte ich jetzt noch nicht so im Detail erklären, das werden wir dann nachher uns ansehen. Es ist auch der Teil, der sich wahrscheinlich am meisten verändern wird im neuen Tool. Aber hier hat man sozusagen mehr oder weniger eine Möglichkeit durch die Ortsnamen neue Listenweise durchzugehen und da hat man eine Suche in den Gazetteers und kann dann je nachdem, welcher Gazetteereintrag am ehesten dem Ort entspricht, kann man das dann zuleihen. Es wird, muss ich auch dazu sagen, sehr viel automatisch gemacht. Automatik haben ihre Grenzen. Also es wird zum Beispiel automatisch vorannotiert, es werden automatisch Gazetteereinträge zugeordnet, aber es funktioniert nicht so besonders gut. Deswegen war bei uns immer im Vordergrund, das System zu haben, wo manuell kontrolliert wird. Also wo zwar der Computer vielleicht Arbeit abnehmen kann, aber letztendlich die Kontrolle und die Hoheit liegt immer bei dem Editor, bei dem Menschen, die hinterher das dann tun kann. Ja, noch ein paar Zahlen, was wir im Projekt ungefähr damit gemacht haben. In Summe, das war, wie gesagt, der Zwei-Jahres-Laufzeit. Ich schätze, das Tool war nach ein paar Wochen in einer ganz, ganz groben Version einsatzfähig und dann ist es sozusagen weitergegangen. Das sieht man auch hier ganz schön. Da, wo sich sozusagen die Art der Aufzeichnung ändert, da haben wir einfach sozusagen mal wirklich das Tracking erst eingebaut. Das sieht auch sozusagen, wenn man es weiß, wie die Entschließung vom Tool weitergegangen ist. Das ist der Sprung da, also das muss ich erklären. Die grünen, also die obere Balken, das sind die Anzahl an Orksnamen, die wir erfasst haben. Also alle, die wir sozusagen im Text getaggt haben, alle Kästchen, die wir in den Karten gezeichnet haben usw. Die grünen Orte, das waren die Orte, wo man wirklich ein Gazetteer-Eintrag zugeordnet haben. Also handkontrolliert und wirklich von den Editoren abgesegnet. Das sind sozusagen die echt guten Referenzen. Und die gelben, das sind so Fälle, das wird mir auch noch ganz wichtig sein, das sind Fälle, wo wir keinen Gazetteer-Eintrag für eine Ortserwähnung gefunden haben. Man hat irgendeinen Ort, man durchsucht ein Gazetteer und man findet irgendwie keinen passenden Gazetteer-Eintrag. In der Regel liegt es daran, dass Gazetteers mehrere Einträge für einen Ort haben und man kann sich nicht genau entscheiden. Weniger oft passiert es, dass einfach ein Ort wirklich ein Gazetteer fehlt und dann gibt es auch noch so Spezialfälle, die man auch immer durchdiskutieren werden. Zum Beispiel, dass ein Ort, eine Ortserwähnung zum Beispiel mehrere Orte referenziert. Man hat oft so in antiken Texten hat man zum Beispiel Erwähnungen von der Ort und der Fluss namens. Da hätte man gesagt, okay, es geht jetzt um einen Ort und einen Fluss und die heißen gleich und der Autor in dem Text hat das sozusagen in einem erwähnt und wenn man das als Annotation macht, müsste man sozusagen eine Annotation mit zwei Orten verknüpfen. Das ging damals in Republik noch nicht. Das heißt, das haben wir uns sozusagen aufgehoben für später und einfach nur als Geld. Okay. Aber das war so ein Fortschritt. 317 Dokumente, beinahe 130.000 Toponyme identifiziert. Inzwischen sind wir, glaube ich, schon auf über 150.000, weil auf die Arbeit weitergegangen ist. Die Hälfte ungefähr von diesen identifizierten Toponymen sind auch eben wirklich zugeordnet worden. Und wir hatten am Ende des Projektes 90 registrierte Editors, inzwischen sind auch schon ein paar mehr davon. Ja, eine weitere Sache, die ganz interessant war und die auch irgendwie mich jetzt so hierher bringt. Wir haben im Jahr 2014 das Tool quasi eingereicht bei den Open Humanities Awards mit der Idee, wir würden gerne Workshops machen. Und die Open Humanities Awards haben dann Budget zur Verfügung gestellt, wo wir mit dem Tool mit jeweils einer Gruppe Studenten einen Annotationsworkshop abgehalten haben. Das war wirklich ganz interessant. Wir haben zwei solche Workshops, wie gesagt, abgehalten. Einen an der Universität Heidelberg und einen an der FH Mainz. Es waren jeweils so um die 25 Studenten, also 27 beim ersten Mal, ich glaube 22 beim zweiten Mal. Ganz gemischtes Publikum, Archäologie und Geografie in Mainz und Engineering, also ich glaube, Informatik und Archäologie, also, sorry, Geografie und Archäologie in Heidelberg und Informatik und Archäologie in Mainz. Und ja, wir haben die Leute einfach mal angesetzt an unterschiedliche Dokumente, so wie wir es dann in der Nachmittagsession bei Ihnen auch machen werden. Da haben wir gesehen, was rauskommt dabei. Und es war eigentlich absolut faszinierend, also wir haben enorm hohe Anzahl von Contributions reingekommen, insgesamt über 14.000 Contributions. Die sind unterschiedlich gewichtet, muss man dazu sagen. Und hier sieht man auch schön, was sozusagen schnell geht und was mehr Aufwand verursacht. Wenn man Texte annotiert und einfach mal sozusagen nur die Ortsnamen markiert, das geht enorm schnell. Da haben die Studenten über 5.000 Orte identifiziert. Auch in Karten geht es relativ schnell, also wir haben heute einen ganz leeren Atlas mitgebracht, wenn wir mal schauen, wie viele 1.000 Edits sie zustande bringen. Und dann sieht man halt, dass die Tasks einfach schon schwieriger werden. Das Transkribieren geht schon wesentlich schwieriger, es dauert einfach länger. Und dann das schwierigste, der schwierigste Punkt ist eben das Auflösen von den Ortsnamen zu dem Cassidy eintreten. Dann gab es noch 1.000 andere Aktionen, das ist typisch, wo jemand was löscht, wo jemand was kapitiert und so weiter. Jeder einen Kommentar reinschreibt. Abschließend noch ein paar Screenshots von dem neuen Tool. Wie gesagt, das Tool, mit dem Sie heute arbeiten, ist sozusagen eigentlich schon veraltet. Sie werden sehen, es hat seine Macken, es hat noch einige Bugs drinnen, die wir auch nicht mehr fixen werden. Es kommt gleich was Neues. In schätzungsweise zwei Monaten wird es eine erste Version geben, wo wir in der kleinen Runde die ersten Leute dran lassen werden. Das User Interface wird einerseits mal ein bisschen schöner ausschauen, aber es werden auch einige Dinge, die früher einfach etwas buggy waren, die werden wesentlich stabiler laufen. Das ist sozusagen die Ansicht von der neuen Bildannotation. Das wäre dann die Ansicht von der neuen Textannotation. Zusätzlich wird das Tool auch flexibler werden. Also sozusagen dieses eine Szenario Ortsnamen zu taggen, das war halt für das Projekt für Lages 3 wichtig, aber als allgemeines Annotationstool ist es eher ein Spezialfall. Im neuen Tool wird es auch etwas mehr Optionen geben, das heißt, Sie können freier annotieren, Sie können Kommentare reinschreiben, Sie können nach wie vor natürlich Orte taggen und mit Gassetiers verknüpfen, Sie werden auch Personen taggen können und wahrscheinlich mit Normdateneinträgen verknüpfen können, Sie werden Ihre eigenen Vokabular verwenden können und so weiter. Da kommt eine ganze Reihe an Neuerungen mit der neuen Version. Ja, in wesentlicher Zusammenfassung von dem, was ich jetzt gerade gesagt habe, also das User Interface wird etwas hübscher werden, es wird mehr Optionen bei der Annotation geben. Es wird auch so sein, aktuell, das Tool läuft so, wenn wir, wir lassen auch andere Leute damit arbeiten, aber die brauchen mehr oder weniger uns persönlich dazu, die müssen uns kontaktieren und sagen, okay, könnt ihr uns das, dieses Dokument bitte raufladen, wir laden es dann rauf und wir helfen Ihnen. Beim neuen Tool wird es also ein bisschen einfacher sein, also Sie können einen eigenen Workspace anlegen, es wird eine Webseite geben, wo Sie sich einloggen können, Ihre eigenen Dokumente verwalten können und mehr oder weniger unabhängig von uns, also wir sind ja nicht mehr so das Brotolik. Ja, Versionierung natürlich, das ist auch eine Sache, die gibt es jetzt schon, allerdings ist es etwas wackelig, also es wird alles versioniert im neuen System, es wird die Herkunft getrackt, wer hat was, zu welcher Annotation wann beigesteuert, so da ist ein Stück schön aufgelistet. Und Sie können Ihre Daten natürlich jederzeit wieder exportieren, dass Sie sind eingesperrt im System, es gibt immer mehrere Optionen, die man die Daten wieder rauskriegt, die Annotationen ohnehin, aber auch Text und so weiter. Ja, last but not least, wir haben derzeit jetzt, wie gesagt, im Jänner die neueste Projektrunde begonnen, ebenfalls wieder mit Funding von der Angel Mellon Foundation, da haben wir jetzt eine Webseite eingerichtet namens commons.pelagius.org, das neue Projekt heißt auch pelagius commons, und möchte eher so etwas wie eine Kommunikationsplattform zu allen Themen von semantischer Annotation und Ortsannotation bilden. Also, falls Ihnen das Thema interessiert, bitte mal vorbeischauen, Sie können einen Account anlegen und Diskussionen, die Webseite gibt es seit ein paar Wochen, die Diskussionen sind schon am Laufen, also es ist, glaube ich, schon eine echt nette Community-Seite, die da inzwischen entsteht. Ja, das bringt mich auch schon zum Ende vom Überblick über Pelagius, und ja, wenn Sie Fragen haben, sehr gerne in Ihrer Zeit. und ja. Vielen Dank.